Ja, solche Hinweise. Ja, super. Legends Entertainment, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Lego Dimension. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe vorhin mitbekommen, wie die Leser darüber sprachen, wie toll sie dich finden. Ihr solltet euch wirklich mal treffen. Oh, die Leser finden mich toll. Äh, warte mal, jetzt setzen wir ihn da rüber. Ah, ich bin so klug. K, L, U, K. Ähm. Du, 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 du. Du, 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 du. Und das jetzt erst die Dinger da aufgetaucht sind. Wieso kann ich die nicht aufnehmen? Also das ist bisher das kniffigste Level, muss ich sagen. Die Frage, die mir sich dann eben stellt, ähm, reißen wir dann ja mal hierhin zurück, oder? Ich weiß es einfach nicht, ich würde es gar nicht mal wissen. So, jetzt wollen wir hier. Wann wieder richtig? Ach, Quatsch, wenn ich sag mal wegwende. Du bist so stolz drauf, gell? Großer. Gander ist ins Spielzeug. Ein Zauberer kommt nie zu spät oder zu früh. Er trifft genau dann ein, wenn er es will. So, dann brauchen wir natürlich ja wieder hier, das, äh, Wettmobil. Komm schon, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Das hat es kaputt gemacht. Das hat es kaputt gemacht. Ai, ai, ai. Gandalf. Was, nun? Au. Ich wurde wiedergeboren. Schon wieder. Okay. Läuft bei uns gerade. Jetzt gucken wir natürlich erst mal weiter, was wir hier noch alles machen können. Okay. Ich habe noch einiges zu tun, hier. Hm. Okay. Läuft. Warme Leitstrahlen eignen sich ausgezeichnet für operative Eingriffe zur Verbesserung der Sehfähigkeit. Versuch es mal. Äh, ne. Lass mich nicht meine Augen lasern jetzt hier. So. Äh, wupp. Möcht ja hier irgendwo ein Geheimnis sein. Sonst wollte er mir, dass das nicht anbieten. Da. Komm schon. Komm schon. Das ist doch geil gemacht. Das war nicht Teil des Tests. Die Testumgebung wurde beschädigt. Als Wiedergutmachung wirst du 9, 9, 9, 9 zusätzliche Tage mit Tests verbringen. Ich hoffe, du hast dir einen Imbiss mitgebracht. Pass. Wir sind doof gerade. Äh, dann geht's auf. Was haben wir denn hier noch zur Auswahl? Das schon? Das hat man noch nicht. Okay, wir machen wieder Farbkombinationen. Okay, also... Rot. Du bist jetzt mal rot. Rot muss dahin. Dahin? Nein, dahin. Genau, rot muss dahin. Gelb. Muss dahin. Und dann brauchen wir noch Superman. Ich glaub, das ging so, oder? Ja. Muss dahin. Jawohl, genau so ging das. Okay. Kaffee. Das hat offenbar eine Fehlfunktion. Ich haue kurz drauf und dann machen wir weiter. Das hat wohl nicht funktioniert. Ein Reparatur-Android wird sich darum kümmern. Danke. Irgendwann. Lehn dich einfach zurück und warte. Oder gib auf. Ich würde das verstehen. Hier drüben. Ich habe rein gar keine Zeit, um jetzt mehr ins Detail zu gehen. Aber wenn du diese Schrauben entfernst, erledige ich den Rest. Okay. Aber erst möchte ich mir das Ding da holen. Was ist denn davon? Nein! Nein! Zurück! Nein! Willst du etwa sagen, dass ich fett bin? Scheiße. Wow! Wow! What the fuck? Warte mal. Irgendwann. 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 Geht das da hin? Hui! Okay. Da müssen wir wahrscheinlich... Ja, spielt doch alle hinterher, ihr Deppen, ey. Okay. Aha. Natürlich scheiße. Ich hätte gerne noch da mit ihm interagiert. Aber ich komme da jetzt nicht zurück. Komme ich da irgendwie zurück? Nee. Es ist die Ausbeute von Coins ist ja relativ gering. Aber dafür haben wir viele von den Zusatzdingern bekommen. So. Okay. Keine Ahnung. Äh. Bumm. 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 Okay. Das war spitze, was du da gerade gemacht hast. Ich weiß. Ich habe hier ein paar tolle Ergebnisse. Gute. Mein Freund es war letzte Nacht auch gesagt. Haha. He his 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 his. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Immer alles einsammeln, ja. Nein! Scheiße! Okay, wir müssen ihn also jetzt schrumpfen. Oh, er ist so süß, der kleine Mini-Batman. Guck mal, wie er läuft. Er wird denn so süß. Okay, dann müssen wir hier einmal drauf drücken. Dann müssen wir wahrscheinlich da auch einmal drauf drücken. Dann müssen die sich ja wieder richtig positionieren. Okay, das passt nicht. Jetzt hat er Kopfschmerzen. Okay, dann müsste ja jetzt... Das wird der richtige Weg sein. Oder auch nicht. Warum ist da Superman noch drin? Ist das der richtige Weg? Sie ist schon drüben. Lass bei ihr. Läuft bei ihr. Ja. Nein. Mehr Tests. Und zwar ohne Ende. Denk nur an all die Daten, die wir gewinnen. Mehr Tests ohne Ende, ja. Super. Ich freue mich jetzt schon. Oh, das war klar. Okay, schloss mit Mr. Nice-Bat. Ach, guck mal, so kommen wir auch drüber. So, was muss man jetzt hier machen? Jetzt muss man jetzt, äh, Feuerarbeit machen. Und dann können wir nämlich hier den Knopf drücken. Ich bin so gut. Komm schon, Leute, sagt's mal. Ich bin gut. Die Katapult-Plattformen haben auch Gefühle. Wie würde es dir gefallen, wenn man auf dir herumtrampelt? Oh, Moment. Das kennst du nicht anders, oder? Arsch. Die mobbt mich. Nein. Das war gut. Das war richtig gut. Sorry, aber. Das war lustig gerade. Okay. Dann, okay. Ich glaube, hier ist wieder mit mehreren. Nee, ist nur mit eins. Okay. 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 Ich habe immer nicht so ganz viele Figuren auf dem Spielfeld. Geht, ihr Narren! Weil ich aufgedreht. Oh, okay, der Batman ist. Oh, okay. Warum sieht er drinnen? Aber wie? Warte mal. Was war denn da noch zur Auswahl? Ah, okay. Das war easy. Oh, schade. Jetzt klatscht man nicht mehr gegen die Wand. Das war aber echt lustig gerade. Okay. Da müssen wir jetzt rein. Kann man das hinkriegen? Äh, so hoch. Okay, jetzt mal komplett aus dem Spiel. Den, 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 den. Da müssten wir jetzt eigentlich ja alle Sachen... Nee, warte mal, da oben ist da noch was. Batman zu... äh, Superman zurück. Ich bin super bereit. Ich schätze, selbst Superman hat seine Grenzen. Das vermute ich auch. Nein! Warte mal. Ich könnte bestimmt wieder cheaten. So, dann setzen wir den Tag auf. Wieso soll das bitte nicht gehen? Wieso? Das ist ja Betrug. Das ist ja beschiss. Nee, ernsthaft, das ist jetzt beschiss. Warum soll ich denn mit ihm nicht reingehen können? Das ist ja beschiss, dass ich ihn nicht reingehen kann. Aber wie kommt man jetzt da rein? Warte mal, die Sachen von Clados hier? Das hier könnte dich interessieren. Ah, okay. Die habe ich leider auch nicht. Verdammt. Ah, nee. Die hat noch gar nichts zur Auswahl. Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Na komm, dann gehen wir mal. Dann beenden wir das mal hier. Gut, mein Lieben. Bevor es hier weiter geht, machen wir jetzt Pause. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao. Do.